Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video habe ich mal wieder ein paar X-Defined News für euch. Und zwar sprechen wir heute über Änderungen für Sounds, was speziell so die Schritte anbelangt, eine Änderung für XP-Booster, einige neue geleakte Waffen und verschiedenen Content, der uns in Season 1 erwarten wird. Lasst bevor wir starten, wie immer gerne schon mal eine Bewertung da, wenn ihr Bock auf mehr X-Defined News Videos habt und wenn ihr neu hier seid, dann gerne auch ein kostenloses Abo. Aktuell sind nämlich einfach mal ca. 87% von euch, die meine Videos hier schauen, noch keine Abonnenten von mir und das, obwohl es euch rein gar nichts kostet und ihr dadurch nichts mehr rund um X-Defined verpasst. Es würde mich also sehr freuen, wenn ihr das einmal nachholen würdet. Vielen Dank. Nun kommen wir aber auch direkt schon zu den News und als erstes Thema für heute sprechen wir über eine Änderung für Sounds in X-Defined und genau genommen die Sounds von Schritten beim Laufen. Aktuell ist es ja so, dass man die Schritte von Teammates und teilweise sogar von sich selbst relativ leicht mit den Schritten von Gegnern verwechselt. Ich selbst habe mich da tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal ziemlich erstrocken, weil ich dachte, dass ein Gegner genau neben mir umherläuft, wobei es sich dann letztlich doch nur um einen Teammate gehandelt hat. Ich denke auch, dass die Sounds diesbezüglich etwas unkonsistent sind, also mal etwas lauter und mal etwas leiser sind und es dadurch halt noch schwerer zu unterscheiden ist. Und passend zu diesem Thema hat sich auch ein User auf Twitter dazu an Mark Rubin geäußert. Er sagt halt, dass die Sounds von Gegnern eigentlich perfekt sind, was ich ebenfalls genauso unterschreiben würde, da sie finde ich weder zu laut noch zu leise sind, aber halt die Sounds von einem selbst sowie auch von Teammates einfach zu laut sind. Somit braucht es eigentlich auch nur eine kleine Verringerung des Sounds von Teammates. Und Mark Rubin hat sich dazu geäußert und gesagt, dass er denkt, dass sie planen, die Schritte von Teammates und einem selbst leiser zu machen, er weiß aber aktuell nicht wirklich, wie es genau um diesen Prozess steht. Das hört sich natürlich nicht sehr überzeugend an, sondern eher so, als wäre das nicht wirklich sein Aufgabengebiet. Dennoch würde er diese Antwort denke ich auch nicht geben, wenn er nicht ebenfalls in Betracht ziehen würde, die verbündeten Schritte leiser zu machen. Und außerdem wissen wir, dass Ubisoft bzw. X-Defined immer auf die Community hören will. Somit werden wir diesbezüglich wohl früher oder später eine Änderung bekommen, aber wann das genau sein wird, kann man aktuell halt nicht so wirklich erahnen, weswegen wir uns da eventuell noch etwas gedulden müssen. Als nächstes sprechen wir über eine Anpassung für XP-Booster an X-Defined. Wer mein gestriges Video mit 50 Tipps und Tricks zu X-Defined schon gesehen haben sollte, der hat das sicherlich bereits schon mitbekommen, aber ich wollte das auf jeden Fall trotzdem nochmal in ein News-Video mit reinnehmen. Die XP-Booster für Battle Pass und Waffen funktionieren aktuell ja so, dass sie bereits schon in der Lobby ablaufen. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der Lobby einen 20-Minuten-Booster aktiviert und bis zum Rundenstart eine Minute braucht, dann läuft eine Minute vom Booster halt bereits noch in der Lobby ab und ist in dieser Zeit somit natürlich auch komplett nutzlos, was echt sehr sehr schade ist. Mark Rubin hat sich nun aber mal dazu geäußert und gesagt, dass sie dieses System überarbeiten möchten, sodass die Booster nur noch während man in einer Runde ist ablaufen. Dennoch scheint diese Änderung noch etwas zu brauchen, denn er sagt, dass sie vermutlich erst in Season 1 kommen wird. Wer also noch einige Booster am Start hat, sollte sich diese vielleicht lieber bis dahin aufbewahren, denn wenn ihr sie jetzt schon benutzt, habt ihr in den meisten Fällen wahrscheinlich nur so 80% davon wirklich richtig benutzt. Bis Season 1 sind es ja schließlich auch nur noch 4 Wochen. Das ist noch nicht das letzte Thema für das heutige News-Video, aber ich wollte es auf jeden Fall auch mal mit reinnehmen, um euch wirklich zu allem, was X-Defined betrifft, auf dem Laufenden zu halten. Und zwar wurden vor kurzem 11 verschiedene Waffen für X-Defined geleakt. Einige oder vielleicht sogar alle kennen wir bereits aus anderen Shootern, aber es ist natürlich noch nicht so wirklich bekannt, wann genau sie alle rauskommen werden. Ein paar davon könnten vielleicht bereits auch schon in Season 1 rauskommen, aber natürlich könnten auch einige von ihnen nie kommen. Es sind bislang halt alles nur Leaks für Waffen, an denen die Entwickler arbeiten und sowas kann sich natürlich immer noch mal ändern. Wie dem auch sei, kommen wir jetzt mal zu den ganzen Waffen. Bei allen Waffen ist bislang nur der Name und deren Waffenklasse bekannt. Und zwar haben wir die LVOA, eine AR, die L115, eine normale Sniper, die SA87, eine LMG, die FAL, ein Präzisionsgewehr, die PP19 Bison, eine MP, die Phamas, eine AR, die M1918 Thompson, eine MP, die G36, eine AR, die Spass, eine normale Schrotflinte und als letztes noch eine abgesägte Schrotflinte, welche jedoch als Zweitwaffe kommen sollen. Ich finde, dass da schon so einige interessante Waffen dabei sind, die man teilweise auch schon aus zum Beispiel COD kennt. Es gibt tatsächlich auch schon einen Leak dazu, welche Waffen in Season 1 kommen sollen. Auch hierbei solltet ihr aber bedenken, dass sich diese Liste noch ändern kann. Jedenfalls bekommen wir in Season 1 voraussichtlich die LVOA, die abgesägte Schrotflinte und die L115. Wir werden in Season 1 also eine LMG, eine AR und eine Sekundärwaffe bekommen, was denke ich echt guter Content ist, da da denke ich für fast jeden, was dabei ist. Das war es aber auch immer noch nicht ganz, denn die Waffenliste für Season 2 wurde ebenfalls noch geleakt. Und zwar sollen wir in Season 2 die PP19, die Spass und irgendeine MP bekommen. Hier hätten wir dann also zwei MPs und eine Schrotflinte, wobei ich mir sehr sicher bin, dass sich diese Liste noch ändern wird, da wir denke ich eher weniger drei Nahkampfwaffen in einer Season bekommen würden und Season 2 nun echt noch eine ganze Weile hin ist. Außerdem haben wir auch noch ein paar weitere neue Leaks zu Season 1, welche äußerst interessant sind. In meinem X-Defined News Video von vor ein paar Tagen haben wir bereits über neue Tarnungen für Waffen gesprochen. Falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch das Video jetzt gerne noch einmal oben rechts in der Infokarte. Und zwar haben wir dort darüber gesprochen, dass wir neue Tarnungen bekommen werden, welche den Namen Pristine, Platin und Aura haben werden. Vermutet haben wir hierbei, dass diese Tarnungen ähnlich wie Diamant und Dark Matter funktionieren, also man beispielsweise für Platin alle Waffen einer Klasse auf Gold haben muss und für Aura jede einzelne Waffe im Spiel auf Gold haben muss. Und nun haben wir noch einen Leak für zwei dieser Skins bekommen. Natürlich sehen diese Skins hier noch lange nicht vollständig fertig aus, aber sie sind auf jeden Fall schon echt in einem Design, bei welchem man das fertige Aussehen erahnen könnte. Beim linken der beiden Skins könnte es sich halt um so eine Art Dark Matter Tarnung handeln, also einfach mit bläulichem Design und beim rechten wird es halt so eine Art silber bis kräuliches Design sein. Und als letztes Thema für heute sprechen wir über ein Prestigesystem. Rougue, also eigentlich so der Top Data Miner für XC Fiant, hat uns nämlich ebenfalls geleakt, dass wir ein Prestigesystem bekommen werden und es ist tatsächlich ja auch nicht das erste Mal, dass wir davon hören. Es gibt nämlich schon länger das Gerücht, dass wir in Season 1 eine Art Prestigesystem bekommen werden. Bislang können wir ja nur einmal bis Level 100 leveln und danach ist Schluss und alle danach gesammelten EP sind quasi nutzlos, was natürlich sehr, sehr schade ist. Durch das Prestigesystem wird es dann jedoch weitergehen und wir können voraussichtlich mehrere Male wieder von Level 1 anfangen, nur dass wir dann in einem anderen Prestige sind und somit vielleicht Belohnungen und spezielle Banner oder Icons bekommen. Ob das Ganze dann vielleicht aber auch nur so Season lang ist, also ob wir zum Beispiel jede Season von 1 anfangen müssen oder ob wir vielleicht auch jede Season nur so ein Prestige dazu bekommen, ist ebenfalls unklar. Somit gibt es dazu bislang eigentlich nichts als Spekulationen, aber was feststeht ist, dass wir ein Prestigesystem bekommen werden. So und das war es soweit mit dem heutigen X-Defined News Update. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das der Fall war, lasst auf jeden Fall gerne noch eine Bewertung da und schreibt mir wie immer gerne eure Meinung zu den heutigen Themen unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich noch fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.